ja was geht herzlich willkommen zurück hier bei mir auf dem kanal heute wieder ein forza horizon 4 wir fahren eure lieblinge heute handelt es sich um nice fiber sein liebling und wie ihr da schon über diese mauer erkennen können ist es ein ferrari ich zeige euch mal kurz so die farben ohne nummernschild ein schwarzer ein schwarz gelber und ein roter welchen werde ich wohl fahren richtig den roten wie man es von mir kennt mit dabei heute ist natürlich wieder der justin und der nice fiber die sich schon selber verraten haben halli hallo und wir jagen dieses auto mit diesem tuning auch wieder über goliath da sehen wir uns gleich wieder ja und mal wieder stehen wir hier auf goliath und drehen unsere runde ich hoffe forza horizon 5 kommt bald raus dann erstelle ich auch wenn ich eure tunings und autos fahre meine eigene teststrecke wo ich die dann drüber jagen da wird's ich weiß ich weiß es echt weiß ist nein 9. november kommt forza horizon 5 raus für alle die es noch nicht mitgekriegt haben info video gibt es auch bei mir auf dem kanal zu sehen ja und wir fahren jetzt hier einen ferrari 488 gtb man nennt ihn auch der killer ich habe ja bis jetzt immer gesagt ich fahre die autos blind nur dieses auto und tuning kenne ich denn doch auch schon denn ich konnte es mir nicht lähmen das schon mal zu testen in einem anderen format und zwar cvr dafür ist dieses auto auch von nice fiber aufgebaut worden und ja er wird euch darüber noch ein bisschen was erzählen warum wieso weshalb wenn er möchte genau also wie ich gleicher schon gesagt hat das auto kommt aus der cvr szene dementsprechend ist saß auch sehr viel handling weil wir das auch vor der sehr gerne gefahren sind kurze strecken aber sehr viel kurvenreiche strecken das ist extrem auf handling gebaut ja ich erzähle euch mal die leistungsdaten dieses autos ist es halt ein allrad und mit 501 kw kommt der ding heran ist hat 680 fehlen genau hat 773 nütonmeter mit 1,5 kilogramm ist er schon ordentlich schwer aber ist auch gewalt 1,5 kilogramm 1,5 kilogramm ich sag das jedes mal von neu ja ich ähm genau äh ist halt ziemlich schweres auto hat aber auch sonst sehr in der krasse topdeck mit 3902 wupraum hat auch relativ ordentlich wums und das auto ist vom jahr 2015 erstes interessiert jungen die junge die haben das auto lang nicht mehr gefahren und leute die wahrscheinlich gerne die zeitaufnahmen von freiheit schauen haben das ding schon ein oder zwei mal gesehen vielleicht ne da habe ich leider noch nicht aufgenommen wenn dann bei den fps jägern auf dem kanal oder bei unique gaming bei rain nicht ne da bist du schon mit dem da draufgekommen ich bin dann in der most wandered runde als racer gefahren also wird auch dort aufgetaucht sein genau ähm ja ist halt ich finde dieses auto ist halt wie gemacht aber das krass dass meine gäste besser vorbereitet sind was leistungsdaten angeht wie ich weil für mich ist das auto rot und ja damit hat sich das an leistung starten ne meiner ist rot meiner ist geleast und das gute ist der farox mit dem ne leider ist die aufnahme mit farox gefällt und ich habe es mit justin aufgenommen aber farox hat mir ja auch ein tuning eingereicht die camaro zl1 und da ist auch ein cvr s100 tuning drauf da hatte mir die zeit habe ich unten auf dem blatt stehen da stehen aber so viele sachen das muss ich am ende wenn wir am ziel sind mal kurz raussuchen ich glaube zehn minuten irgendwas oder zwölf minuten ich weiß dass ein fester bau mal gucken ob der ferrari den zl1 abhängen kann aber ich denke schon weil der hier man merkt es erst wirklich auf handling und kurvenlage ausgelegt also ja mit der zl1 bin ich nicht so smooth um die kurven gekommen und ja um noch mal auf den cvr aspekt einzugehen das übernehme ich jetzt einfach mal ey dieses auto ist ja der killer hat gründe in cvr broadway also auf s100 wurde das auto gerne gefahren und war da auch echt stark ich sag mal so von 20 runden dieses auto absolviert hat oder vielleicht maximal einmal erst gesetzt also das auto ist widerstandsfähig und polizei hat er echt schwer zu kämpfen ja ja das habe ich auch in der most wanted ins quadrat war bei ray und es waren echt sehr sehr stark und ich habe glaube ich irgendwie ungefähr eine halbe stunde überlebt hätte auch noch länger fahren können aber da war eine brücke die lieben brücken und ihre forza kam ja es war die die autobahnbrücke die es waren eigentlich alle kopf hinter mir und die haben mich sehr sehr blöd in die vom nördlichen kreisverkehr nein in die brücke es war oh man jetzt fällt es mir nicht ein urauffahrt aber halt oben diese metallbrücke da ich hätte vielleicht links ausweichen und die brücke runterspringen können hätte ich vielleicht noch länger überlebt aber auch da war das auto echt und ich weiß nicht wie ihr es findet ich finde das lässt sich hier auch gut fahren im rennen also letztendlich die höchstgeschwindigkeit sagt da klar nicht viel aus also mit 320 maximal kommt auch nicht viel schneller wie die letzte serie mit dem cvr nur ist der halt wirklich rein auf händen gebaut worden um halt kurvenjäger zu sein um die cops in den kurven ab zu hängen da wo die cops meistens schwächeln und naja schauen wir doch mal ich habe müssen nachschauen wie schnell ich mit dem zagaris war der war ja auch auf s 1 900 9 minuten 40 ungefähr ja irgend so was hätte ich jetzt auch im kopf gehabt und ja der ist nicht ganz so schnell um die kurven gekommen ich weiß nicht ob er eine höhere geschwindigkeit hat er auch nicht gehabt er war ziemlich ähnlich ja ich glaube ich glaube dass er gar jetzt war eine beschleunigung ein bisschen besser so kommt es mir zumindest ja er ist auch viel leichter das stimmt also da war wie gesagt das ist eigentlich ein schwergewicht für seine klasse mit 1,5 tonnen rätselt er halt die cops weg und lässt sich nicht von dem kopf weg fliegen das ist auch der hintergedanke der hat dann überall bügel auf den verzichtet man ja normalerweise gerne das bringt ja auch noch gewicht dazu es ist der original motor muss man dazu sagen also für die wo das überlegen mal in ihrer reichen most wanted viele mal zu benutzen ist bei uns in regeln ist im antrieb auch nicht erlaubt motorwechsel meistens nicht und da kommt der ferrari genau ins spiel er hat nämlich keinen zweiten motor der kann nur den original motor einbauen also kann man also diejenigen die nicht tunen können die könnten sich auch einfach ein tuning dafür runterladen aber wurde es jetzt gesagt dass die leistungs- und gewichtsunterschiede sind schon extrem also der ferrari hier hat 120 PS mehr wiegt dafür aber 5 600 kilo auch mehr ich dachte gramm der war doch nur 1,5 kilo gewogen genau oh ja das wird wird eine geile zeit also die camaro von farrox die hätte man locker abgehängt der hätte schon nach der nächsten kurve nicht mehr gewusst wo wir lang gefahren sind ich meine auf goliath gibt es nur einen weg aber allgemein in der cvr verfolgung easy snack für den ferrari den hätte man locker abgehängt ja das auto ist halt schon krank ja von den zagaris haben wir jetzt glaube ich auch geschlagen ganz knapp mit einem neuen 38 ja knapp ich glaube um die zwei sekunden müssten es unterschied sein action genau gut erkannt action war es auf jeden fall wir haben den killer von der straße geholt und ihn hier mal am am was ist das mehr oder see oder ja da scheiden sich ja die geister man weiß es nicht genau das ist ein see okay wir nehmen den see Loch Ness oder so keine ahnung auf jeden fall geiles tuning wenn ihr mal eine cvr runde spielt auf s1900 ladet euch das tuning runter von nicefiber in der video beschreibung ist der download code verlinkt und habt spaß damit und ärgert die kops denn die werden euch wahrscheinlich nicht kaputt kriegen ich bedanke mich und euch hassen und euch hassen genau bedanke mich bei euch zwei fürs mitmachen okay sie sagen nichts dann sind wir an der stelle raus dann sind wir an der stelle raus lasst den daumen nach oben da wenn euch das ganze gefallen hat und dann tschau tschau tschau